Radverkehr im Alltag bedeutet, dass ich für längere Strecken auch gerne mal die S-Bahn oder die Stadtbahn nutze und der Umstieg dann ganz angenehm eben an der Endhaltestelle erfolgt. Hier kann ich mein Fahrrad abstellen, ich kann ein sehr kostbares Fahrrad abstellen und ich kann vor allem ein E-Bike laden in einigen dieser Boxen. Die Fahrradboxen bieten Schutz gegen Diebstahl insbesondere, gegen schlechtes Wetter, das heißt ein hochwertiges Fahrrad ist auch geschützt und vor allem einige dieser Boxen haben Stromanschluss für das Aufladen meines Akkus. Radfahren ist ein ganz zentraler Punkt im Verkehr. Um CO2-neutral zu werden, brauchen wir das unbedingt als einer in dem Mix der Verkehre und natürlich ist es ganz besonders wichtig, dass wir verschiedene Transportmittel miteinander besser verbinden und da gehört eben der öffentliche Nahverkehr und das Radfahren ganz eng zusammen. Die sind beide wichtige Bausteine in Richtung Klimaneutralität und diese Boxen, in denen man die Fahrräder sicher abstellen kann, die sind genau der richtige Schritt, um diese beiden Verkehre besser miteinander zu verbinden. und diese beiden Verkaufeln die sind auch ganz eng zusammen. Die sind die Begräuble und die sind immer wieder ganz eng. Die sind die Begräuble und die sind die Begräuble und die sind die Begräuble.